Hello Fans, hier ist Propa. Wie ihr sicherlich wisst, bin ich vorige Woche Freitag Enduro 2 ausgeschieden. Heimtückisch umgebracht von einem gewissen Phoenix. Und jetzt hat uns die frohe Kunde erreicht, dass mein Tod gerecht wurde. Und zwar von einem gewissen letzten Hugo. Letz Hugo. Ja, da steht Hugo. Einen hubotastischen Tag wünsche ich euch. Ja, die laufen direkt weg. Ja, die rennen weg, die rennen weg. Kann ich allein den Boot fahren? Ja, die machen gerade eine Bootsfahrt. Die machen eine Verfolgung mit dem Boot. Was ist das? Space und Sumaro. Also, Space und Sumaro. Die werden also verfolgt von Hugo mit seinem Team, oder? Ja. Also, das ist Bast und Basti G. H. G. Also, der sitzt also mit Hugo im Boot. Das ist also Hugos Teampartner. Hä? Soll? Hm? Ich fahr so links zum Laufen auf. Wo laufen sie denn? Oh mein Gott. Na. Was, die töten? So wurde Popa auch getötet. Mit Lava. Ja. Ich weiß nicht, I don't know. Wo laufen sie? Wen suchen sie jetzt? Ja, das sind richtig viele. Hier. Erfahre und so. Dann noch mehr. Über Kassel auf Sarah. Hm. Abs Kassel Sarah. Fuck. Ja, die anderen sind verschwunden. Gebt mal weiter Richtung. Ey Jungs, wollt ihr uns lieber hinterher fahren? Da steigt wieder einer aus der. Ich hab Phoenix kurz da bangen gesehen. Phoenix ist direkt bei mir. Auf dem Boot. Ja, die sahen Phoenix. Und der wird jetzt verfolgt. Und Phoenix, der hatte gar kein Team. Naja, das ist der praktische Anfänger. Tja, aus meiner Sicht wird er keine Chance haben. Wenn er da alleine durch die Gegend läuft und alle auf ihn mit gebrüllt, dann hat er keine Chance. Phoenix, Phoenix. Ist der Phoenix auch auf dem Boot? Doch, ja, ja, das ist der. Und hinten auf dem Boot Phoenix allein. Und, und, äh, jetzt wird er abgeknallt. Ja, und das war's denn, mit unserem Phoenix. Was ist er getroffen? Die haben, weiß ich, die haben die Armbrust, oder was haben die? Ich war dem anderen hier. Seid ihr am Land, oder wo seid ihr jetzt aktuell? Wir sind an der Küste. Ich bin auch Hugo, du bist einfach Mono1, wir kommen. Phoenix ist getroffen. Tschunger hier. So. Hugo hat nur noch zwei Herzen. Dann ist er eher tot wie Phoenix. Dann überlebt er das ja gar nicht. Ja, da bin ich mal gespannt. Ja, Fans, das war's halt mit Phoenix. Und Europa ist hier recht. Und Unge hat ja versprochen, wer Phoenix tötet, bekommt eine Belohnung. Sie sollten zwar seinen Kopf auf dem Silbertablett ihm bringen, aber das ist ja nicht passiert. Vielleicht fällt jetzt auch die Belohnung flach. Fragezeichen. Oh mein Gott, Phoenix ist getötet worden. Phoenix ist getötet worden. Okay, warte mal kurz. Phoenix ist getötet worden. Es gibt ein Kopfgeld nochmal für Hugo. Ein Diamant on top. Dein Kopfgeld für Phoenix. Ah, ja, so Fans. Der Hugo hat jetzt sein Kopfgeld, wie von Unge versprochen, mit einem extra Diamanten bekommen. Ich würde jetzt sagen, damit ist das Thema abgeschlossen. Die Rache an Phoenix wurde verübt und der Rächer hat seine Belohnung bekommen. Von mir aus auch ein schönes Dankeschön an Hugo, dass er mich gerecht hat. Aber, Freunde, alles ist ja nur ein Spiel. Wie Unge schon gesagt hat, ihr braucht Phoenix auch nicht für seine Tat zu häten. Aber, wenn wir uns auf der Gamescom begegnen, mein lieber Phoenix, dann pass aber auf.